Ich bin das Tierfilm. Schweine im Weltall. Tja, da würde ich mal sagen, gilt das Dschungelbuch auch als Tierfilm? Na klar. Dann nehme ich das. Oder? Na ja, Schweinchen Babe war natürlich auch Hammer gemacht. Wobei ich möchte nicht wissen, wie viele Schweine sie dafür gebraucht haben. Charles Wett war auch süß. Ja, sehr schön. Vor allem auch als Zeichentrickfilm. Die alte Version noch. Die kann ich gar nicht abonnieren. Ich will hier mal einziehen. Cool. Das Schützchen gibt es ja auch. Ja. Das Schützchen gibt es ja auch.